guten morgen von der straße heute sind knapp 200 kilometer geplant so die knapp ersten 20 kilometer sind abgerissen 180 folgen sind gerade irgendwie schäferberg wahnsinn einer der ersten richtig tollen tage dieses jahr wir haben gerade den schäferberg hinter uns für mich als bergfahrer absolut kein ding nein ich habe mich komplett zerstört und weiter geht's ich finde ja es ist ein übelst seltsames fenomen augen schönes wetter kommen die ganzen menschen ein scherz einfaches wetter genießen fahrrad fahren laufen oder was auch immer hauptsache hoch von der cauch eigentlich finde ich landstraße immer ziemlich langweilig aber so jetzt im frühling spätwinter doch ziemlich nice mit der sonne und hauptsache parad fahren bestes wetter bester untergrund so ca 20 km haben wir drauf gegenwind oder wie man bei uns sagt charakterform eine maßnahme knapp liebzig kilometer wir wollten gerade irgendwie unsere erste pause machen mit dem in sieben bei back waren aber bei dem wetter und lang schlange lieber nicht diese ganzen offenen felder sind so schön und vor allem der ganze schöne gegenwind so toll so wenigstens mal was optisch richtig schönes mit den bäumen da hinten ziemlich nice trotzdem verdammt windig so so So, Kilometer 92, 34, endlich in Brandenburg an der Havel, Teamwork, gestern hatte ich einen Platten. Heute Maren. Naja, gehört dazu. Ja, die Pause war richtig cool. In der Schelltankstelle konnte man nicht drin sitzen. Ja, das Angebot war, naja. Ja, was soll's. Jetzt machen wir noch 60 Kilometer nach Hause, haben am Ende 160. Erreicht uns denn wohl heute. Aber wie gesagt, 60 Kilometer nach Hause. Endlich nicht mehr so eine ganze Kanne an Gegenwind. Und mal schauen. Also, wir kommen definitiv im Dunkeln zu Hause an. Aber, ja, Fahrradfahren, Leute, macht Spaß. Macht so viel Spaß. Und die Sonne ist schön. Also Leute, hochschalten, Motivation, Laune und Kuchen. Oder Birnen. Birnen sind auch toll. Und das ist mal wieder unglaublich. Die zwei Liter heiße Schokolade, fünf Kilo Kuchen, Bockbrust. Und sonstige Snacks, die Laune hinten. Und ja, dass wir ein bisschen weniger Gegenwind haben, krieg ich vielleicht auch dazu. So, wir sind gerade aus Werder raus. Noch 20, 30, 40 Kilometer. Irgendwas in den Dreh. Okay. Schauen wir mal. Same old story. Im Dunkeln nach Hause. Den meisten Spaß hat man immer im Dunkeln. Oder Tagsüber. Oder, ja, eine Fahrradfahren. Dreh.